Hi Leute, ich bin gerade in der Wüste herumgeflogen und da habe ich dann den Endermann entdeckt und ich habe ihn aus der See mit dem Fadenkreuz berührt, also verfolgt er mich jetzt. Und jetzt verarsche ich ihn dann ein bisschen. Da, der teleportiert sich einfach zu euch hin. Da wird grad Zeit, teleportiert sich hin. Zack, zack, zack. Und, ähm, er müsste eigentlich auch noch... Der sieht irgendwie... Da, der hat einen offenen Mund. Und, wenn man ganz genau hinguckt... Ha, komm nicht hin. Der leuchtet wie das Netherportal. Hui, tschüss. Oh, da sind noch mehr. Komm schon, alle her. Alle her. Zack, zack. Und du auch noch? Los. Genau, jetzt habe ich vier Stück. Jetzt verfolgen mich vier Endermänner. Ha, sieht es nicht geil aus. Und ich weiß auch schon, wie ich hier los werde. Wo noch mehr da sind vielleicht... Vielleicht noch mehr Endermänner. Hm, jetzt sind so vier Stück geil. Mal gucken. Ich finde, die Endermänner sind eher selten. Das sind die seltensten Mobs, wo es gibt. Und jetzt werde ich die Endermänner los. Los. Nein, die müssen da einfach nur ins Laufen fallen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ach, das geht gar nicht mehr. Ich weiß noch was lustiges. Ich muss die Endermänner nur zum Creeper locken. Der sprengt sich dann. Ja, in der Männchen hört sich an wie Zombies, was ich etwas komisch finde. Die sind ganz schön groß aus. Los, alle mir nachfolgen. Los. Wow, da. Ein, ähm, Skelett-Reiter. Die sind sehr selten. Umso mehr, desto besser. Los. Ihr auch noch. Alle mitkommen. Los, das ist der Skelett-Reiter. Mal gucken, ob er es macht. Und. Oh, ja. Ja, sie gehen rein. Geil. Wo ist alle rein? Nein. Ja, einer ist tot. Nur noch der Skelett-Reiter. Das ist der Final Poss. Seine Spinnen-Army. Kann sich selber mit Pfeilen treffen. Los. Mist. Der ist eben klassisch. Also, wenn ihr ein Zombie-Geräusch hört, ist es nicht mal ein Zombie, es könnte auch ein Endermann sein. Ich würde aber eher sagen, Zombie-Endermann sind eher selten, wie schon gesagt. Guck ich noch ein Find, ich denke aber nicht. Find nämlich schon ein Tag. Ja, ich mach einfach jetzt mal das Video. Schluss. Dann. Wir sehen uns hoffentlich dann aber am nächsten Mal. Wieder. Und da, ich denke mal, etwas Abbott. Ja.